Für den Frontanbau bietet KRONE die kompakten EasyCut Scheibenmähwerke in verschiedenen Ausführungen und Arbeitsbreiten von 2,71 m bis 3,14 m an. EasyCut 28P und EasyCut 32P legen mit aktiv angetriebenen Schwadleittrommeln mittig das Futter ab. Es wird nicht von den Traktorreifen überfahren. Diese Frontmäher ohne Aufbereiter werden im Schwerpunkt geführt. Mit einem Pendelweg von 40 cm folgen die EasyCut 28P und 32P allen Bodenkonturen. Im EasyCut 28CV und 32CV arbeitet der KRONE Hochleistungsaufbereiter. Großdimensionierte Zugfedern und breite Gleitkufen schützen die Grasnarbe. Der EasyCut 32CV Float ist mit einer integrierten Federentlastung am Anbaubock ausgerüstet. Aufgrund der Kinematik zwischen Feder und Schwinge bleibt der eingestellte Auflagedruck nahezu gleich. Der Mäher folgt allen Bodenunebenheiten, überzeugt durch ein gleichmäßiges Mähbild und legt das Futter sauber ab. Extreme Verhältnisse erfordern besondere Lösungen. Für Gebirgsregionen sind die EasyCut 28M und 32M mit ihrem geringen Eigengewicht die optimale Lösung. Diese leichten Frontmäher sind kompakt aufgebaut. Ihr Schwerpunkt liegt nahe am Schlepper. Sie sind ideal geeignet für Gebirgstraktoren. Diese KRONE Mäher überzeugen auch in steilen Handlagen mit einem perfekten Mähbild. Die EasyCut Frontmäher hinterlassen unter allen Einsatzbedingungen einen sauberen Schnitt. Sie sind ideal für Gebirgstraktoren.